Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast zu einem Bitcoin-Preis von 69.500 Dollar und es sieht so aus, als wäre nach der Trump-Rede jetzt eine Richtung gefunden, in die Bitcoin weiter ausbricht. Und nach der Rede von Donald Trump und Since the Alarmes packt jetzt auch ein BlackRock-Mitarbeiter aus. The Head of Digital Asset erzählt alle Details über die bisherige BlackRock-Akkumulationsstrategie, die bisherigen Kunden, die über BlackRock Bitcoin gekauft haben, und gibt ein, zwei Hinweise darauf, dass das große Geld noch gar nicht da ist. Und in Summe sieht das Setup sehr, sehr gut aus. Und wir sehen uns natürlich neben den aktuellen Preiszielen, die weit über 70.000 Dollar liegen, alle meine offenen Positionen an, sämtliche Trades updaten wir. Denn jetzt besteht die Chance, dass die offenen Positionen vermutlich nur noch ins Grüne laufen, mit natürlich viel Bedacht auf die Volatilität von Bitcoin. Dementsprechend starten wir direkt in die Inhalte und ich lade dich natürlich wie immer dazu ein, unter den ersten 19.000 Abonnenten noch dabei zu sein, mit uns gemeinsam hier in den Bullrun reinzugehen und natürlich das Maximale an Profite mitzunehmen. Der Bitcoin-Preis hat es über Nacht jetzt überraschenderweise, aber doch nach einer volatilen Bitcoin-Konferenz geschafft, hier über 69.000 Dollar zu kommen. Und somit sind wir hier wirklich in den finalen Preisbereichen, bevor es auf das All-Time-High geht. Und in 6% Kurssteigerung sehen wir dann noch nie dagewesene Preise für Bitcoin. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Einerseits Donald Trump, Synthia Lammis und auch der BlackRock-Mitarbeiter, der mit dem Bitcoin-Produkt auf seinem Posten Head of Digital Management natürlich hier einen absoluten Treffer gelandet hat. Und vorher gehen wir noch unsere Indikatoren durch, wie es aktuell denn aussieht. Und zwar sind die Kursbewegungen am Wochenende immer etwas fraglich, weil das Volumen der Institutionen natürlich fehlt. Trotzdem wird sich vor allem heute um 15 Uhr wieder mal zeigen, wie groß werden die ersten Kapitalzuflüsse aus den institutionellen Zugängen wie den Bitcoin-Spot-ETFs sein, die wir jetzt zum ersten Mal nach der Donald Trump-Rede und der ganzen Bitcoin-Messe und den riesengroßen Ankündigungen sehen werden. Theoretisch könnten wir heute überrascht werden und massiver Zufluss von Retailern käme in den Markt. Wieso Retailer? Kommen wir gleich in den Insights von Robby Mitschnick zu sprechen, der hier wirklich viele Details verrät. Und natürlich, wenn das große Geld hier zuschlägt, ist auch ein Bitcoin-Preis bei 70.000 Dollar noch ein Produkt, das hier stark akkumuliert werden könnte. Denn offensichtlich geht den Verkäufern hier gerade der Bitcoin-Bestand aus und es wird mehr gekauft als gekauft. In Summe sind jetzt auch die gleitenden Durchschnitte wieder als Support unter uns und der Bullrun könnte tatsächlich jetzt schon weitergehen. Und hier mal im groben Überblick einfach unsere Long-Positionen, die einfach da liegen und diese Kursschwankungen einfach nach oben hin bestenfalls mitnehmen. Bitcoin 5.500 im Gewinn. Hier haben wir bereits über 3.500 Dollar wieder an neuen offenen Gewinnen. Die Grid-Bots performen langsam aber sicher. Und das Einzige, was hier noch drinnen hängt, ist unsere Bitcoin-Short-Hedge-Position. Die lasse ich aber laufen. Liquidierungspreis wäre bei 71.000 Dollar. Und wenn es mir dann diese Position wegradiert, haben wir immer noch einige Long-Positionen mit knapp 10.000 Dollar Margin, die natürlich für die Upside immer da sind. Der Short-Versuch für das Selden-News-Event ist aber mäßig okay dabei und hätte man sich eigentlich fast sparen können. Somit auf jeden Fall der Fokus auf 15.30 Uhr, wann die Institutionen mit einsteigen können. Und einer der wichtigsten Punkte wurden auf der Bitcoin24-Messe nicht von Donald Trump erwähnt, sondern von anderen Speakern, die fast etwas underrated waren und natürlich das ganze Rampenlicht auf Donald Trump gerichtet war. Und hier einige extrem wichtige Aussagen eigentlich untergegangen sind. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, eines der offensichtlich extrem positiven Dinge war Sinti Alarmes, die nach Donald Trump direkt auf die Bühne kam und bereits einen fertigen Gesetzesentwurf zur Rede mitgenommen hatte, der beinhaltet, dass Amerika Bitcoin kaufen sollte. Und natürlich ist das noch nichts Handfestes, aber das Papier ist hier schon gemacht. Und wer ist Sinti Alarmes? Einfach, dass man das einkategorisieren kann. Sie ist eben US-Senatorin und es gibt insgesamt 100 davon. Also das heißt, wie wenn du irgendeinen Landtagsabgeordneten oder einfach irgendeinen Politiker, der mit 100 anderen Politiker auf derselben Entscheidungsebene sitzt. Also wir haben zumindest ein trojanisches Pferd im amerikanischen Politikerkreis. Da aber natürlich noch differenzieren, wer ist Sinti Alarmes genau, für was ist sie zuständig. Und da ist sie auf jeden Fall in der Debatte von Kryptowährungen und Finanzinnovation herausragend. Außerdem ist sie für Technologiethemen immer involviert. Und sie ist eben Mitglied des Bankenausschusses, des Senats. Also eigentlich ein ganz gutes Setup, eine ganz gute Person, auf die man hier zählen kann. Mit einem absoluten Bitcoin-Maxi-Mindset. Und hier haben wir noch Robby Mitschnick, Head of Digital Assets. Der Mann, der für BlackRock die ganze Übersicht über Bitcoin, Bitcoin-ETFs, Ethereum-ETFs und Co. hat und somit auch die besten Insights über dieses Thema erzählen kann. Und das, was er zum Bitcoin-Spot-ETF sagt, lässt erst richtig die Gier und vor allem die FOMO kommen. Denn im Interview sprechen sie über detaillierte Themen, wie Bitcoin bisher gekauft wurde, wer Bitcoin in Zukunft kaufen wird und vor allem, welche Käuferschichten bisher überhaupt bedient wurden. Und das hättest du wahrscheinlich selber nicht erwartet, was er dazu sagt. Zuerst beginnt das Interview mit ein paar Sätzen zum Warmwerden. Und dann wird grundsätzlich mal Larry Fink, der CEO von BlackRock gelobt, dass er sich überhaupt mit Bitcoin auseinandergesetzt hat. Denn wie wir alle wissen, Bitcoin ist jetzt nicht sowas, das hörst du zum ersten Mal und denkst dir, wow, das ist das Ding, all in. Sondern sehr oft ist es so, wenn man über Kryptos mit Neulingen spricht, dann ist immer diese Skeptis oder es ist schon zu hoch und dies, das, ihr kennt es ja. Trotzdem hat Larry Fink durch die ganzen Kundennachfragen sich dazu die Zeit genommen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Und hat wirklich unvoreingenommen Research zu Bitcoin betrieben, obwohl das eben nicht unbedingt das Einfachste ist zum Verstehen und du da einfach Zeit brauchst. Und das hat er sich genommen. Sehr wichtig, eben so seine Assets auszusuchen. Und die Bitcoin-Erkenntnisse, die BlackRock jetzt hat, das ist echt eine andere Sache. Und zwar diese Pump-and-Dump-Schemes oder auch dieses wilde Auf und Ab, für das Bitcoin in den ersten Jahren bekannt war und jeder immer gesagt hat, hey, Bitcoin ist geplatzt, das wird wieder auf Null gehen und Co. Diese Einstellung haben sie in den Boden gestampft. Und zwar haben sie eben gesagt, sie mussten anerkennen, genauso auch wie die Federal Reserve, Bitcoin hat die Kraft zu bleiben, Bitcoin ist here to stay. Also Bitcoin wird nicht weggehen und es wird nicht auf Null gehen und dann kannst du die Welle nur mitreiten oder du lässt sie eben aus. Wenn Geld verdient wird, wird BlackRock eher die Variante nehmen, um hier Geld zu verdienen. Und das ist einfach mal so ein absoluter Schalter, der hier umgestellt wird. Vom Pump-and-Dump, vom irgendwie ultravolatilen Minus-90%-Asset, wurde einfach anerkannt, dass Bitcoin nicht verschwinden wird. Das wurde auf den höchsten Ebenen des Finanzmarktes anerkannt und dass man hier mitziehen sollte, ist eine echt heftige Erkenntnis. Und das haben sie auch nochmal unterstützt durch vor allem den Start des Spot-ETFs. Der erfolgreichste Spot-ETF, einer der größten Zuflüsse auch dieses Jahr unter allen ETF-Produkten. Unglaublich gute Volumen, auch eine sehr gute Kurssteigerung bisher mitgenommen. Und dann natürlich die Frage, wie sehen die bisherigen Kunden aus, die bei BlackRock das Produkt gekauft haben, BlackRock Bitcoin Spot ETF. Und hier werden die drei Hauptgruppen aufgezählt, und zwar die direkten Investoren, ob Retailer mit kleinen Beträgen oder High-Network-Individual mit zig Millionen an Vermögen. Die zweite Kundengruppe sind Wealth Advisors, also im Endeffekt unabhängige Finanzdienstleister, die ebenfalls ihren Kunden ihre Finanzprodukte von BlackRock zum Beispiel anbieten kann. Und die dritte Gruppe sind dann natürlich Institutionen, genauso auch wie Staaten und ähnliches in dieser Größenordnung. Und die bisher größten Käufer für das Bitcoin Spot ETF-Produkt kamen von den Retail, von den direkten Investoren, die eben selber Bitcoin gekauft haben. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du in Wealth Advisory, wenn du in Institutional Investments reinkommst, dann werden die sich Zeit nehmen, um das zu researchen. Die werden nicht nur Stunden, die werden Wochen, Monate. Und wenn es sein, noch länger damit zu tun haben, um herauszufinden, ob Bitcoin wirklich so gut ist, ob sie es wirklich kaufen sollten. Und dafür fehlten noch ein paar Zeichen, denn die Risikoeinstufung von BlackRock hat sich zu Bitcoin stark geändert. Und zwar wird Bitcoin nicht mehr in dieses Risk-Off, Risk-On-Asset einkategorisiert, sondern viel wichtiger, in was sind denn die Risiken. Und die ganz feinen Nuancen werden hier betont, die man sonst mit Risk-On, Risk-Off einfach außen vorweg lässt. Und hier trifft BlackRock die Aussage, dass Bitcoin eine Absicherung, so wie Gold sein, so wie Anleihen sein, mit dem man einfach den realen Zins hatchen möchte. Das ist der Zinssatz minus die Inflation, was dann schlussendlich da bleibt. Und wir wissen, wir haben weniger Zinsen und viel höhere Inflation. Und du machst mit Bargeld, mit US-Dollar gerade Minus in der Kaufkraft. Und sie kategorisieren ja Bitcoin als Schutz für deine Kaufkraft ein. Eben dieses Flight-to-Quality-Argument, das auch Larry Fink bereits vor einem halben Jahr öffentlich im TV gesagt haben. Und in Summe wollen diese Advisor und Institutionen eine Bitcoin-Allokation von 2 bis 3%, die sie normal bei diesen Assets erreichen. Das wäre natürlich hier vorausschauend sehr gut, wenn wir wissen, dass das große Kapital erst angeklopft hat und noch nicht gekauft hat. Und die Risikokategorie, in der Bitcoin eingestuft wird, ist jetzt eigentlich auch etwas sehr, sehr Brauchbares. Denn hier geht es nicht um irgendeinen Banken-Kollaps, hier geht es nicht um irgendwelche Earning-Reports oder Abhängigkeit von zentralen Instanzen, sondern das einzige Risiko, das jetzt die großen Investmentbranchen noch haben, ist, dass Bitcoin noch relativ jung ist, dass Bitcoin noch nicht weltweit die Adoption gesehen hat, wie wir zum Beispiel auch wissen. In Europa strenge Regulierungen, in China, Asien, ganz, ganz schweres Pflaster. Und wir haben hier noch nicht diesen globalen Aspekt, dass jedes Land Bitcoin akzeptiert, dass jedes Land diese Bullishness zu Bitcoin hat. Und natürlich, erst wenn das passiert, sieht auch ein Pensionsfonds, sieht auch eine Staatskarte, sieht auch ein Treasury Secretary der USA, okay, logisch, das können wir mit reinnehmen, so wie Gold. Und bisher, jeder, der das gemacht hat, geht in die Pionierarbeit und geht natürlich auch ein Risiko ein, das man nach der Zeit, in vielleicht 5 oder 10 Jahren, dann definitiv auch ausschließen kann. Und wer jetzt in das Risiko reingeht, nimmt natürlich auch die Rendite und die Dominanz im Bitcoin-Bereich mit. Und das ist natürlich hier als Pionierarbeit der Amerikaner und von Ländern wie El Salvador, von Ländern wie vielleicht bald Argentinien und Co. Und das ist ein sehr, sehr spannender und positiver Punkt, dass man sieht, wie BlackRock und die Institutionen aktuell eine Sicht auf Bitcoin haben, wie sie Bitcoin wahrnehmen, wie sie Bitcoin einschätzen. Und natürlich sieht das eher so aus, als wären sie auf steigende Kurse vorbereitet. Und das würden sie eine richtig gute Chance für Altamize sehen. Auf die Frage, wann die Institutionen und Wealth Advisors soweit sein könnten, um in Bitcoin zu investieren, meinte er, dass man den Zeitraum noch in diesem Jahr einschätzen könnte. Dann haben wir BlackRock seit Januar mit dem Bitcoin Spot ETF gesehen und innerhalb des ersten Jahres sollten hier dann auch bis zu den großen Kapitalschichten alle Recherchearbeiten gemacht werden. Und wenn dann natürlich investiert wird, sehen wir ein ziemlich saftiges Q4 und potenziell genau den Run über 100.000 Dollar, der somit möglich wäre. Also aktuell alles Gründe, um long positioniert zu bleiben und das werde ich auch definitiv machen. Die 50.000 Dollar haben wir leider nicht nochmal erreicht, um günstig kaufen zu können. Und es sieht wohl so aus, als müssten wir uns von diesen Preisen verabschieden und nach oben hin tendieren. Was noch spannend bei den Altcoins aktuell ist, ist es vor allem die Solana Performance. Denn hier sieht es so aus, als wäre auch diese Konsolidierung bereits nach oben hin ausgebrochen. Und unser Long Trade mit moderat kleinem Hebel mit 50% Profit geht auch absolut in die richtige Richtung auf. Hier bei Solana wäre ein Preisziel von über 200 Dollar denkbar. Eventuell sogar der Run aufs All-Time-High. Vor allem wegen den Gerüchten, die zu Solana aufkommen werden, wegen Spot ETF, all den möglichen Dingen. Und unsere Signale zu Solana bei 144 Dollar Long Position, ziemlich genau in diesem Bodenbereich. Und dann nochmal hier bei 173 Dollar Long gegangen. Wer meine Long und Short Signale direkt auf der Börse haben möchte, kann sich gerne hier auf Levex einen Account machen. Ich kann hier direkt in dem Account, im Trading Interface, meine Trades, meine Platzierungen hier mit reinnehmen. Auch Jupiter hier super ordentlich mitgenommen. Einer der Best Performer unter den Daily Performern heute. Der natürlich ebenfalls vom Solana Ökosystem profitiert als einer der größten Börsen, dezentralen Börsen auf Solana. Und in Summe könnte das Ganze wieder sehr spannend werden für Meme Coins, für einzelne Projekte. Wenn natürlich Bitcoin hier den Weg nach oben mitnimmt. Und das sieht schon mal richtig, richtig brauchbar aus. Dementsprechend wünsche ich euch natürlich wie immer die maximalen Profite mit euren Investments. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Video, Livestream, Telegram-Gruppe, YouTube-Kommentaren oder im Inner Circle. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao. Tschüss.